Wir haben einen Hund, und wann haben wir denn einen Hund? Was ist denn jetzt hier passiert? Domke? Ja? Wir 120 auf die Grenze zuheizen. Ja, ja, machen wir einen auf Grenzdebil. Sehr geil. Johann, kannst du denn überhaupt fahren? Das ist total krank. Wenn ich in einem Auto sitze, ist das Auto so mega laut, dass ich die Stimme gar nicht mehr verstehe. Domke? Domke? Ja? Wie scheiße hört sich das ingame an? Ach, das geht eigentlich. Voll okay. Sag nochmal was im Game. Ja, damals, als wir noch den Krieg hatten, boah, das war zu alt noch. Oh ja, als die Mauer noch stand, war eh alles besser. Und damals war die Mark noch stark, ja? Das habe ich schon immer gesagt, die Mark war stark. Und ich weiß, du bist so ein geiler Rentner in einer TV-Show, ne? Aber im Panzer hat das auch richtig gut drauf, das ist voll geil. Jetzt hat er mir aber irgendwie erzählt, hier die Rentner schon, dann hieß es immer, Gertrud, hol die Kamera, die sind auf Sandung. Und ich weiß, da müssen wir gleich alles bringen, so als würden wir denken, dass wir, ähm, so, wenn so plötzlich so eine Touristenattraktion oder so, oder? Ja genau, Zeit ziehen oder sowas. Das machen wir immer spontan. Ja genau, Zeit ziehen an der Grenze, ne? Spontan ist immer am geilsten. Du gehst einfach ohne Plan rein und dann haust du deine Geschichte raus, das ist super. Wir müssen jetzt hier rechts lang, oder? Äh, boah, warte. Falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Hast du Scheißwende, kreist du kein Auto! Gertrud, ich glaub hier sind wir falsch! Du bist Hermann, sag ich jetzt einfach mal. Ja. Und ich bin Günther. Und wer ist Gertrud? Gertrud ist unsere imaginäre Frau. Okay. Ich bin Gertrud. Okay, dann kommt zur Grenze. Gertrud. Gertrud. Da müsst ihr uns für komplett, ähm, dem Händ einschätzen, da kommst du wirklich zu so, oh da ist der Gertrud. Gertrud. Ganz ehrlich, ich will Mario Arno. Und dann geh ich da auch hin. Du musst Bob Marley spielen. Du bist Mary Ann, okay? Äh, kannst du den, ähm, wie heißt der, den Jamaikanischen Akzent? Nein. Ich weiß noch nicht, aber du wusstest noch nicht mal deinen Jamaikanischen Akzent überhaupt. Oh, der ist richtig hart schwer. Der ist aber mega geil. Ich hab ein Kollege von mir drauf. Oh, der ist der Hammer. Sag mal ein Beispiel. Ja, ich krieg ihn überhaupt nicht. Ich muss mal, äh, einfach mal bei YouTube mal ein bisschen gucken. Vielleicht findest du das ja. Was denn? So maikanischen Akzent? Ja, das hört sich einfach, dieses Mord. Ja, ich krieg das gar nicht hin. Ah, das hört sich so geil an. Wie hieß das Auto eigentlich in der Kurve? Oh, ja. Boah, äh, äh, ein Sly kriegst du damit auf jeden Fall hin. Also, wann wir nicht umkippen wie mit einem verkackten SUV? Ja, das ist nicht zu gekackt. Ich erinnere mich noch an die Travis damals. Die hatten noch ne gute Federung. Die ging nie kaputt. Ja, und weißt du noch, die Käfer? Oh, die waren so knuffig. Aber das Problem bei den Käfern damals war, ja, da hattest du noch nicht dieses, äh, neumodische Lenkdingens. Da musst du dich richtig reinlegen und das Lenkren von A nach B, da hast du richtig Muckis gekriegt. Nicht so wie die Kinder heutzutage. Mit dem kleinen Finger nach links und nach rechts. Das ist doch für Waschlappen das nicht. Wenn ich die damals in den Krieg geschickt hätte, ne, die wären sofort ohne gegangen. Oh ja, da spricht's mal an doch. Jo, ne, der Krieg, oh Gott. Wo hast du denn gedient? Ach, ich war so'n Typ, der musste an nem MG sitzen. Ich weiß gar nicht. Ich war an so nem Strand und da musste ich auf irgendwelche Leute auf Landungsboden schießen. Oh, das habe ich auch schon lange. Das ging ab, du. Jo, ne, ich saß da eigentlich irgendwo rum und hab mir den Traum gefüllt. Da haben wir Multis gerissen, du, äh. Oh ja. Ah, die Multis da, ey. Boah, dat ging ab, ey. Ich krieg mich grad nicht ein. Oh. Ist das gut. Oh, ich fang schon da zu heulen hier. Ah, da macht man's Hand. Äh, Heroin. Da macht wer an? Heroin. Lass mal der Polizei schreiben. Abwoh, ne. Lass aber hin. Frag mal nach nem Weg. Ja, okay. Aber jetzt sag ich dafür wegschlicken. Wiiii, ui, 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 ui. Warte. Was war das denn eh ne? Yeah, 11 Mille. Hast du's gesehen oder hast du's gehört? Den, vor uns. mit wem haben wir denn die ehre also mit dem kollegen ja ich steck raus ja hören sie mal müssen sie zu pflegger weisen wo sie zu grenze gehen wir haben uns verlaufen hallo so lecker die wollte ich sofort schnabulieren hallo hallo ich bin ein bisschen blind sie müssen etwas näher kommen dann kann ich sie auch besser sehen wer steckt im dreck es steckt im dreck sollen sie ihm helfen gut es tut mir leid dass sie im dreck stecken wir versuchen noch mal den weg zu finden wir wünschen einen angenehmen tag auf wiedersehen ich will mal was ist das denn für eine was hast du gesagt er hat ja gar kein spaß verstanden wenn wir an der grenze unseren spaß haben werden wir polizei mal so ganz gleich darauf hinweisen dass die heroin geladen haben wir waren an so einem Feld das hat so ein bisschen braun gerochen wir haben die nach einem machen Weg gefragt die haben gesagt verpüßt durch dieses auch diese jungen verpüßt hat er wird dann gibt es auch um um und dann haben wir uns wieder geschehen so eine Säcke ja ich stehe jetzt wie heißt er noch mal dr die Mauer das war auch herunter oder was er hat er die Möbel auch wenn ich dieses Auto da wegfahren das ist ein will ich das auch bitte mal tun er war nicht so um fast fast nur so dass ich verlaufen aber ich bin kurz davor verhandelt aber das ist auch sehr schön und wie geht es dir heute ohne Medikamente Prozent ein bisschen schlapp um ein paar Jahre nicht in Ordnung Odoch habe ich ich weiß ich habe es wird auch du übernimmst du in Ordnung zu Halt! Stopp! Ist cool! Moment auf! Ich feier! Moment! Wer fährt gerade? Pack doch einfach mal bitte dein Auto da weg! Achso! Mach mal einen kleinen Drift! Also ich hab Gruppe auch jetzt glaube ich Bitte? Nimm die Waffe runter! Mit wem sprichst du Frosty? Mit den Scheisspastis hier von entfernen Ach so, am Herofeld? Nee! Weil das sind auch noch welche von denen Nein, die stehen hier grad am Rebellen Shop und anstatt dass er sein Scheiss-Auge einfach von diesem Scheiss-Born-Platt runter Okay, 120, 150, jawohl! Hermann, meinst du, wir sind nicht! Bisschen langsam Wir wollen noch gar nicht setzen, wirklich Ich legen dürfte, ich legen dürfte noch nicht erzählt das Ball auf den Flecken da drauf zu! Aber ich will nicht sterben, ich hab 400.000 dabei! Oh, hier ist was Neues! Sehe ich grad! Waffe weg! Waffe weg! Wir fragen einfach mal nach dem Weg, ne? Sollte der mich jetzt umfahren, wird der eine sehr große Strafe bekommen Dann wird er mein Lebenslanges Kurz, äh, ruhig, Frosty Das ist egal, aber wir zerhalten jetzt mit dem Guten Tag! Wie geht es Ihnen? Macht euch schon mal klar! Hallo! Reden sie auch mit uns? Ich versteh sie ganz schlecht, nochmal bitte! Hallo! Mein Name ist Günther und das da ist Hermann! Guten Tag! Wissen Sie, wo es jetzt nach Sophia geht? Macht euch vom Ackern, ich nehm die Waffe runter! Ja, über die Grenze da! Äh, wo ist hier der Reiseführer eigentlich für diese Anstalt? Was für ein Altersheim? Ich will nicht ins Altersheim! Das seh ich gar nicht ein! Aber, aber Günther, das hat sie doch gar nicht gesagt! Kommen Sie doch mal mit, wir haben da hinten ne Karte! Ne Karte? Oh, sie haben, oh! Sie haben ne Karte! Hermann, hast du das gehört? Oh mein Gott! Dann lass doch mal hinterher! Also, so was noch bei der Jugend gibt, du! Karten, hab ich noch lang nicht mehr gesehen! Ich kenn noch diesen neumodischen Gedöns mit Handy und Kacke und da und Shit und äh! Aber Karte, das ist noch zu meinen Zeiten! Das war noch was richtig Modernes! Oh ja! Hallo! Na? Da! Oh, da! Ich seh's ja schon! Das ist ja sehr lieb! Da! Sehen Sie die Karte? Ja, ich seh die Karte! Oh mein Gott, du klein Günther! Ja! Aber Hermann, ich hab mir grad mein Bein gezerrt! Also Sie sind ungefähr hier hin! Ach, jetzt geht's wieder! Was? Wo müssen wir hin? In's Altersheim? Da wollen wir nicht hin! Nein! Dort! In's Altersheim! Und da sind wir jetzt? Oder da müssen wir hin? Wovon ist das die Karte? Warum zeig ich mir die jetzt? Hermann, wo sind wir? Äh, die wollten doch wohin? Hermann, wo sind wir? Warte, 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 da wollten wir nicht hin! Äh, Günther, ich weiß es nicht! Die Jungs seien nicht ganz gesprächig zu sein! Das ist nicht gut! Das ist nicht gut! Wir sind an der Grenzkontrolle! Oh! Ha! Warte, Kontrolle? Ich hab noch mal ein Medica-Metschern genommen! Günther, hast du die auch genommen? Ja, ich kann Ihnen sogar sagen, die Blaue war Montag, die Grüne war Dienstag und die Orangene war... Oh, Mittwoch! Das ist nicht gut! Oh! Ich hab was ganz zufrieden, weil der Rest meine gegessen hast, du die Arschloch! Weil ich hab keine gekriegt! Oh! Deswegen hängt er so im Schritt! Eieieiei! Ey, vielleicht möchte der Mann da vorne in einem hohen Fahrzeug müssen gehen! Guten Tag! Wer hat hierhin uriniert? Ich würde Sie beide jetzt, wenn es Sie nicht stört, kurz versuchen! Und Ihr Fahrzeug! Natürlich! Moment mal kurz! Ihr müsst euch kurz Gertrud anrufen! Ich muss mein, 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 mein Super-Ding... Wie hat er das gesagt, Hermann? Wieso? Ich bin doch kein Auto! Sie haben gesagt, das Auto! Ich bin doch kein Auto! Ich und Ihr Auto! Oh! Oh, wir warten kurz fürs dahin gehen! Was ist denn das da? Das wurde mir von einem Mario-Kaner verkauft! Oh jetzt! Er sagt, das ist ne neumodische Pfeife! Das Ding qualmt doch wie Sau! Ja, Sie dürfen weiterfahren! Ich hab sie ja vorhin kontrolliert, also ist alles okay! Ich mach mir in die Schranke auf! Herr John Wayne, übrigens! Ähm... Wir haben vorhin zwei nette Leute an diesem komischen Mondrückchenfeld getroffen! Die waren da mit so'n kleinen Sieg ab und so'n riesigen Laster, wo damals die zwei wirklich Truppen verkehrt wurden! Und die ist dann nicht zu nett zu uns! Die wollten uns gar nicht sagen, wo's lang geht! Ja, die wollten uns schon schlagen! Ich hatte Angst, Hermann, halt mich fest! Sie wollten euch schlagen? Ja! Die waren ganz böse! Dann hätten Sie doch mit ihrer Pfeife sie verscheuchen können! Nee, nee, die Pfeife ist ja nur für mich alleine! Die kriegen da ja nichts ab! Und ab! Das ist alles voll! Warum kommt mein Schatz Hermann nicht? Das Haus dreht ab! Werden Sie helfen? Guck mal, da ist Gertrud! Der Hermann muss ganz schnell kommen! Oh! Gertrud! Oh mein Gott! Hallo Gertrud! Hallo Gertrud! Sagen Sie mal! Domke! Ja! Superbrane! Okay, äh, Jungs, seid ihr Anderen mal bitte eben kurz ruhig! Hallo! Ja, und zwar, Ihre Waffe wurde gerade nicht beschlagnahmt! Wie Sie selber sehen, sie wurde nur entholstert und sie wurde nicht konversiert! Also meine Pfeife! Das ist sehr lieb! Hä? Ja! Superbrane! Wollen wir... Sie müssen die Waffe jetzt... Wir geben Ihnen jetzt die Chance, äh, sie zu entfesseln! Äh, dann legen Sie die Waffe... Aber das ist meine Pfeife! Dann habe ich nichts mehr zu rauchen! Ich muss... Ich muss... Ich muss mal auf Toilette... Das müssen Sie wahrscheinlich... Das müssen Sie trinken! Die haben ja nichts verbrochen! Die haben nichts Illegales bei sich! Oh, Dankeschön! Dankeschön, Dankeschön! Dankeschön! Wenn ich Ihren Kollegen befreihe! Hallo! Hallo! Ich krieg, glaub ich, eine Pille... Ich brauch Pillen! Ich krieg gleich einen Anfall! Ich brauch meine Pillen! Ich brauch meine Pillen! Ja? Ich möchte Sie bitten, wenn ich Sie jetzt entkende, dass Sie die Waffe hierher auf den Boden legen... Was für eine Waffe! ...ohne irgendwelche Fakten zu machen, wenn Sie sich bewegen... Wenn Sie sich bewegen, werden Sie getasert und dann wird das andere Konsequenzen hinter sich tragen... Ich hab doch nur eine Pfeife! Hat er mich belogen? Sie damit! Ja, Mann! Ihr Siegel! Das... Hallo! Hallo! Sie sind Sie damit einverstanden! Womit? Ich hab keinen Hund! Wo? Ich hab keinen Hund! Ich wiederhole! Ich hab keinen Hund! Ich hab keinen Hund! Wir werden uns gleich um Sie kümmern! Danke schön! Was? Wer wird operiert? Warten Sie einfach! Wir kümmern uns gleich um Sie! Der wurde operiert! Muss ich jetzt eine Karte kaufen? Dann müssen wir uns eine andere Möglichkeit suchen! Hermann! Ja, Gerdrud! Die... Die haben meine Pillen! Das ist gut! Ja, es geht grad aber um Ihr... die waffe abgelegt haben was soll ich denn mit einem affen ich habe keinen ich habe mich mehrere male wiederholt sie wissen was sie zu tun haben wenn sie nicht mit uns kooperieren wer das andere kann was wollen sie denn jetzt von mir ich verstehe sie so schlecht wird im krieg angeschossen ihre waffe auf den wohnen meine pfeife jetzt nicht noch mal wieder meine pfeife meinen sie ihre pfeife auf dem boden legen sagen sie doch gleich junger mann aber aber die müssen sie auch hegen und pflegen die habe ich damals im krieg bekommen von einem deutschen soldaten aber aber auch mit ölen schritt 1 die wollen meine pfeife moment bin ich so schnell Mann, Mann, Herrmann, gib ihm doch einfach die Waffe. Ja, er wollte unbedingt mal eine Pfeife haben. Du sollst das Tor, was die Polizei dir sagt. Dem Tierschutz kannst du den Akku ruhig anvertrauen. Entschuld ganz durcheinander, ich hab keine Pillen mehr. Kann ich jetzt meine Pillen haben? Du kriegst alle Träbeln das Haus hier, das macht zack, zack. Jetzt werden wir Ihnen durch Ihre Kooperation mit uns ein geringeres Ticket, als es um es sich sonst handeln würde, geben. Und dann können Sie auch Ihre Pillen nehmen und die dann weiter... Sie kennen auch Vicky, das ist ja cool. Aber okay, kein Problem. Nee, ich bin eben erst gekommen. Gertrud, brennt die Suppe immer noch. Aber ich möchte doch gar nicht doodeln. Das finde ich das Frechheit. Aber ich mag Sie trotzdem suchen. Ich geh draus. Jetzt, ich denke mal, das Geld können Sie besser gebrauchen, als ich für die Pflege der Pfeife. Aber dazu gibt es noch eine kleine Geschichte zu der Pfeife. Damals, als ich im Krieg gedient habe, habe ich einen deutschen Soldaten gesehen. Der hat mir diese Pfeife gegeben und hat gesagt, ich soll darauf aufpassen, weil diese Pfeife... ist schon ganz viel. Also, ist schon hier. Ja, okay. Okay, die Geschichte war anscheinend sehr spannend. Was? Was? Wo bin ich? Hermann? Hermann? Wer ist Hermann? Nein, danke. Ich glaube, wir sind im Altersheim. Altersheim? Ich will nicht ins Altersheim. Das ist eine gute Frage. Wer sind Sie? Hermann? Komm! Komm! Geh ertrud! Die Suppe brennt! Die Suppe brennt? Dann muss sie löschen! Halt mir die Suppe brennt! Dann müssen wir die Suppe löschen! Wie löscht man eine Suppe? Wasser rein kippen geht ja nicht! Die brennt ja schon! Wir brauchen Hilfe! Unsere Suppe brennt! Okay, Entschuldigung. Äh, Leute, ich möchte euch jetzt bitten, dass wir die Grenze verlassen, okay? Okay, äh... Hermann, jetzt komm! Die Suppe brennt! Einen, ähm... Zivilinaster und einem... Take-up! Am Heroin-Sex. Ja, wir werden die Grenze abfangen. Man ist für den Tipp. Jo, äh... Kannst du auf das Loch? Da sind halt schon mehrere durchgegangen. Ja, klar. Ja, okay. Oh! Genüß dann noch die neue Leute! Ihnen auch, Herr Junge! Mann! Jo, wir sehen uns sicherlich nochmal! Und haucht doch! Ja! Chibi! Haben Sie vielleicht meinen Gepitz gesehen? Gepitz! Warte! Hermann, die Suppe brennt! Ja! Ich hab grad einen Anruf von Gertrück gekriegt! Die Suppe brennt, ne? Hermann! Wir müssen da jetzt rein! In die Suppe! Oh mein Gott, nein! Nein! Ja! Haben die dir jetzt echt eine Wasser abgenommen? Ja, das sind total die Spielverderber! Boah, ich bin dafür, wir holen jetzt gleich Marihuana und dann machen wir wieder... Dann setzt ihr euch beide rein, nimm was und dann machen wir auch eine riesen Brauchwolke! Ja! Ja, ich muss mir ja jetzt mal eine neue Kinder holen! Haha! Mach' zu meiner Arm! Äh, welche? Die Snapper? Ne, ich kann die Snapper nicht so gut! Ich bin eher der Nachkopf! Oh, scheiße! Also, Inferno steht jetzt bei mir auf einer Abschussliste! Nur, dass du es weißt schon mal! Ja, alle Inferno oder was? Nein, äh, warte, ich sag dir den Namen! Ja, warte, mach' gleich, wir sind grad wieder in der Ganzkontrolle, wir waren jetzt hier gerade durch! Lexus und... Recht! Recht!